Ach ist die Hütte schön! Vor allen Dingen nass. Und klares, klares Wasser. Ja. Ich habe mir jetzt deutlich genug gesehen. Wäre bestimmt cool, hier eine Hütte zu bauen, eine kleine. Ja warum ist hier jetzt eigentlich keine Bank? Das wundert mich doch sehr. Inkonsequentes Spielen. Wir werden noch genug Bänke sehen. Oh ist die Höhle schon vorbei? Von der hellen Höhle in die dunkle Höhle. Irgendwie hatte ich jetzt gerade einen komischen Sprung drin. Ja das war ein seltsamer Schnitt, ich weiß. Da muss ich unterbrechen, weil der Telefon geklingelt hat. Da habe ich geladen und ja. Okay. Ich würde da wieder zig neue Schnitte setzen. Da hat man noch mehr gesehen. Ah die Bank. Oh was ist das denn für ein riesen Wasserrad? Ich bekomme gerade God of War Ascension Flashbacks. Bist du jetzt in einer alten Zwergenhöhle hier? Sind wir jetzt gerade in den aktuellen Hobbit-Teilen unterwegs? Nächsten sind wir in einer der Zwergenminen unterwegs. Ja, vielleicht gibt es hier sogar Sklaven. Ich habe es übrigens getan. Ich habe mir... Wie heißt der zweite Hobbit-Film? Äh Smaugs. Smaugs Einhöhle ist das der zweite? Ich habe ihn mir angeschaut, weil ich wusste, wie die Smaug aussehen. Soll ich, weil alle den gelobt haben. Der sieht aus wie ein normaler Drache. So doll ist der nicht. Und der Effekt, wo das Gold am Ende schmilzt, sah so fucking billig aus. Wie viel Kohle ist da reingeflossen? Ich kann es nicht glauben. Ach du bist doch eh so ein Herr der Ringe-Hater. Warum guckst du das überhaupt an? Weil ich Smaug sehen wollte. Alle haben gesagt, boah Smaug geil, dann gucke ich das und dann ist das so ein 0815 Drache. Und dann mit diesem billigen Gold-Effekt habe ich gesagt, nee, tut mir leid. Was ich an Smaug geil finde, ist die Art und Weise wie er gesprochen wird. Ich finde einfach das, was er von sich gibt, ist geil. Der Drache an sich ist halt ein Drache, aber was erwartest du? Ich meine, wie soll... Alle haben gesagt, boah, ist der Drache geil. Und dann gucke ich mir den Film und das ist ein 0815 Drache. Ja, aber das ist doch gut, wenn ein Drache aussieht wie ein Drache. Ich meine, stell dir mal vor, der hätte irgendwie... Ja, aber hätte man ihm nicht irgendwie ein paar besondere Features geben können oder so? Also, wie gesagt, ich... Und dann, wie gesagt, der Gold-Effekt, der hat mich ja komplett angefangen. Ja, der Gold-Effekt, den finde ich auch ein bisschen merkwürdig, weil... Ich weiß nicht. Also, ich würde gerne mal wirklich mal Gold schmelzen und mal ausprobieren, ob das wirklich so aussieht, weil ich finde, es sah unnatürlich aus. Du hast halt gesehen, das ist irgendwie am Computer entstanden. Und das ist halt so komisch, weil Smaug... Weißt du, ich mag vielleicht sein Design nicht, weil das so Standard ist, aber das sah wenigstens gut aus. Ja, ich finde, der Drache mag zwar dann halt für dich jetzt in dem Moment zu langweilig wie ein Drache aussehen, aber ich finde, der sieht halt einfach wie ein Drache aus und das finde ich schon schön gemacht. Na, er wirkt halt, er wirkt halt, als wäre er in der Welt drinne. Ja. Und das ist halt bei dem Gold irgendwie nicht der Fall. Das wirkt so, als wäre das eine falsche Ebene. Ja, genau, genau. Das denke ich, darauf lasse ich mich ein. Musst du das Ding da in die Röhre schieben, oder? Da werden wir etwas blockieren. Ah, ich ahne schon. Weißt du, die Zwerge haben hier 100 Jahre gebaut, um das alles aufzubauen. Und du schmeißt da irgendwas rein, um deren ganze Arbeit kaputt zu machen. Weißt du, ich glaub wirklich, wir spielen hier wieder die Bär. Das sind keine, ey. Das ist kaputt. Das ist ja wie Link in den Zelda-Spielen, welcher immer dann die ganzen Leute ausraubt, der in die ganzen Uhren kaputt schlägt und... Und keiner sagt, was dagegen. Die Spiele, die immer so süß und lieb anmuten, da spielt es eigentlich die übelsten Typen. Ja, oder eben, dass Link zum Beispiel auch die Büsche verbrennt, ne? Pyromane. Was macht er mit der Umwelt? Der ist eine Umweltgefahr. Und hier scheint er. Was ist das für ein Mechanismus? Ja. Ein seltsamer Mechanismus. Äh. Andere Richtung, oder so. Also hat sich irgendwie mal bei diesem Schalter wirklich Gedanken gemacht? Ne. Äh. Ganz ehrlich, das finde ich sehr seltsam. Die ist für die Mechanik. Ich finde, der hätte auch eine Kurbel ausgereicht. Ja. Ja. Und siehst mal, das Ding hat nicht mal irgendwie ein Geländer an der Seite. Du kannst runterfallen. Ja. Es erinnert mich an die beiden Leute in dem Todesstern mit den ganzen Gags darüber, dass sie sich darüber unterhalten, wie unsicher das doch ist. Hier gibt's kein Geländer und wir müssen so nahe diesem großen Laserstrahl stehen, ne? Ja, alles. Jetzt haben wir schon so ein dritter vierten Mal dieses Räuberleiterwitzel gehabt. Ja, ja, wobei das jetzt hier mal ein bisschen netteren Twist bekommt, dass du halt das Ding anhalten musst. Also du musst einfach nur ein Seil runterhängen, sondern du musst das jetzt für ihn hier anhalten. Dieses große Rad. Und der große Bruder konnte sich auch nicht einfach dann da ranhängen und hochziehen. So. Da kann er nicht springen. Wäre jetzt zu einfach gewesen. Ja, das ist wieder das Nathan-Break-Syndrom. Weißt du, kannst nach vorne 200 Meter springen, aber nach oben kommst du nicht mal 10. Was ist da unten? Oh Gott, oh Gott. Fleißiger Arbeiter. Was sonst? Ja, irgendjemand muss das ja hier mal gebaut haben, ne? Davon mal abgesehen. Und hier haben wir die Bank. Okay, ich wollte nämlich gerade fragen. Das sieht so aus, als müsstest du eigentlich nach rechts runter. Obwohl, da links sehe ich auch eine Treppe nach links. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo man lang muss. Ach, hier links. Eine Treppe nach links. Mysteriös. Ja, kennst du das? Wenn du siehst, da sind mehrere Wege und du hast Angst, den Falschen zu gehen und der andere schließt sich dann deswegen. Und dann ist das auch so ein scheiß Prince of Persia-Ding, wo in einem anderen Weg so ein Brunnen da gewesen wäre, den du brauchst für das Perfekte. Ja. Und dann ist der Weg versperrt. Ja. Das ist gemein, ja. Ja. Ja, das ist jetzt das Ding. Musst du runter oder musst du hier links lang? Das ist schon wieder so eine Frage, die sich hier entstellt und wo ich wirklich Angst habe, um was zu verpassen. Aber da unten sieht das eher wie eine Sackgasse aus. Wobei das natürlich, ähm, gut bei dem Spiel nicht, aber bei einem anderen Spiel hätte da unten vielleicht der große Bosskampf stattgefunden. Und dann wäre einfach einmal Schnitt gewesen und wäre es in einem anderen Level drin oder so. Fische! Ja, und wir erfrischen uns ein bisschen. Fische. Die sind die ganze Zeit an einem Fluss vorbeigelaufen. Ja. Und jetzt fällt immer auf, oh, ja, wir können ja auch mal was trinken. Aber das finde ich so geil. Ich habe eben in der Vorbesprechung kurz über die Iron Man Comics gelesen und das Coole ist, der ist dann über zwei Comic-Bände hinweg im Weltall unterwegs und dann kommt er wieder auf die Erde zurück. Und das erste, was er macht, ist in die nächste Pizzeria und sich eine Pizza holen. Das ist so geil. Kommt gerade mit seinem Anzug, äh, wieder auf den, auf die Erde zurück und geht sich erstmal eine Pizza holen. Dann muss sie so lachen. Ist das so ein Superhelden-Ding, dass die alle einmal ins Weltall müssen? Ich meine, das Lego-Batman-Spiel, das dritte, geht jetzt auch in Richtung Space, äh, äh. Ist das irgendwie so ein, so ein Ding, dass jeder Superheld mal eine, eine Weltraum-Armung? Ja, irgendwie war das bei ihm so ein bisschen auch einmal verbunden, dass er so eine Selbstfindungsphase hatte, dass er noch nicht so richtig, äh, mit, mit dem, was in dem Band davor passiert ist, musste er erstmal ein bisschen was verarbeiten, erstmal gucken, wohin will ich eigentlich, was bin ich, wer bin ich? Und, äh, diese Selbstfindungsphase hat er dann halt in, in, in den Weltraum dann verlegt. Okay, okay. Aber das braucht ja auch irgendwie jeder Held mal, so eine Phase. So eine Weltraum-Selbstfindungsphase, ja. So, jetzt geht es eigentlich los, wenn man wirklich zusammenarbeiten muss. Ah. Du musst das Ding öffnen und dann mit dem, äh, weiterfahren mit dem Großen, oder? Und der Kleine muss auch, äh, simultan weiterlaufen, was du? Ja. Traust du dir das nicht zu? Oder, oder? Worauf wartest du gerade? Atmosphäre genießen, Mensch. Die Glühwürmchen im Hintergrund. Das auch. So. Du sieben, sollte weiterlaufen, was ja auch alles tut. Ja. Bisschen spät. Ah, okay. Da sind die Folgänge von den Skyhooks aus, Börscher, genau. Genau. Die sind noch nicht ganz so spät. Hier werden die gerade noch gekonstruiert, äh, an der Idee gefeilt. Wie kann man das am besten machen? Ja. Das ist der Prolog zu Börscher, Infinite. Was wir nicht wissen ist, äh, der große Bruder ist Booker. Nee, es ist beides, äh, Booker, nur aus unterschiedlichen Dimensionen. Ah, Gott. Große Quizfrage. Wie kommen die anderen Arbeiter darüber, wenn sie alleine sind? Ja, das haben wir uns auch schon bei anderen. Springen, oder? Das haben wir uns auch schon bei anderen Projekten gefragt. Das, das ist auch immer so ein Ding, wenn du solche Rätselketten hast in der Umgebung, wo du irgendwo hinkommen musst, mit Schaltern und sonstigem arbeitest. Du fragst dich einfach, welcher Mensch, der da normalerweise arbeitet, das Ganze konstruiert oder gebaut hat, wie bewegt er sich eigentlich dadurch? Ja, ich weiß nicht, das ist, ja, ja, eben. Leider kämpfst du niemals durch? Nee, ne, wobei, du kannst jetzt hier zumindest argumentieren, dass es so aussieht, als wäre der Weg einfach nur abgebrochen. Ja, gut, so alt und so heißt es mir rote, sie geht die Oberklemmel lang. Ja, also, hier, hierher hat das zumindest noch so halbwegs Sinn gemacht. Gutes altes Autospeichern. Es ist so verwirrend, wenn du denn manchmal aktuelle Spiele spielst, die das noch nicht drin haben, oder halt oldschool-mäßig dich dazu zwingen, selbst zu speichern. Ja, Freitag, dem Motto, speicherst nicht. Ach komm, jetzt kannst du mal sterben. Wird so lange nicht gespeichert, hm? Ja. Aber komm mal, statt rausragenden Felsen haben wir jetzt hier Ringe, die in die Wand gemauert sind. Ja, Abwechslung. Aber dieses schöne Korb-Ding, was man ja dann auch immer gerne sieht, wenn dann alles nur so doppelt ist, so nebeneinander auf der gleichen Höhe und ich liebe sowas. Ja. Bruder, willst du nicht mehr? Hey, mach mal Platz da. Natürlich kann hier auch überhaupt gar nichts kaputt gehen, nee. Würde ihm passieren. Das ist doch hier nicht Drake's Adventure oder so. Hier geht nichts kaputt. Seht ihr? Alles heil geblieben. Müssen sich beide hinsetzen für das Achievement, oder reicht es, wenn einer sich hinsetzt? Ich meine, es reicht bei einem, aber bei zweier mal die ganze Aussicht. Ah, okay, okay. Wobei diesmal geht der Blick irgendwie nach unten, was komisch ist, weil die ja eigentlich dann eher auf die Höhlendecke gucken. Nach vorne gucken. Ja. Ja. Man sieht's schon oben rechts, Ringe. Jetzt mal ganz ehrlich, welchen Sinn haben die, wenn du einfach mal die Welt an sich betrachtet hast? Ja, da hat man die Taste nicht gerückt. Passiert. Aber wie man sieht, da brechen jetzt die Dinger doch endlich mal kaputt, äh, ab. Also da geht's kaputt. Ja. Das war zu erwarten. Das sind Zwerge, die nichts taugen. Das sind Fake-Zwerge. Das ist doch nicht so unbedingt einfach. Wenn ihr dann halten müsst, dann rutscht ihr von R2 oder L2 vom Finger ab und, äh, ja, da fällst du halt mal runter. Das gibt aber meines Wissens kein Achievement für ohne Sterben durchkommen. Ganz verdammt nicht. Das sind auch viele Achievements, ja. Das geht doch viel zu einfach. Das ist wirklich gerade hier erschardet. Ja, das geht alles kaputt. Boah, jetzt muss das irgendjemand wieder reparieren. Hm. Macht aber keiner. Yay, Seilbahn-Action. Ganz ehrlich, ich hätte Bock, sowas selbst mal zu machen. Aber ich hätte Angst, dass ich mir irgendwann die Kraft ausdrehe. Ja. Und dann fliegst du und dann schläfst. Das ist nicht so geil. Ja, also hier ist, glaube ich, kaum eine Stelle gewesen, wo man sicher hätte runterfallen können. Und hier geht jetzt wirklich alles kaputt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast es, du nach rechts halten. Das hat ja was von, ja, der Regelqualität, wo die Moria sind und die ganze Treppe da bricht zusammen. Ist das das aus dem ersten Teil? Müsste aus dem ersten Teil sein, ja. Ja doch, ist, ist meine ich der erste Teil. Okay, dann habe ich das tatsächlich sogar gesehen, ja. Ich habe eins, zwei und jetzt halt den zweiten Hobbit gesehen. Ich fand die Szene im ersten Teil ganz cool mit der Mine. Also da waren ein paar schöne Szenen drin. Ah, ich sehe den Schlüssel. Ja, das werden wir wohl nur tun müssen. Einer muss auf jeden Fall diesen großen Hebel umlegen. Aber einer darf nicht immer darüber beschrieben bleiben. Okay. Und warum ist der Hebel für den Käfig so weit weg? Und wie funktioniert das Ganze mit dem Käfig und dem Hebel bitte? Und warum sind ja so viele Knochen verteilt, dass wir nicht drauf treten dürfen? Danke, dass ich mal nicht der Einzige bin, der je Videospieler gegen die Frage gestellt hat. Ja, selbst wenn er dich entdecken würde, er würde da nicht durchkommen. Wahrscheinlich ist ja dieses Gittertort gar nicht abgeschlossen. Das ist Top Secret Stealth Mission. Auch ein Videospiel Klischee. Stealth Mission. Auch wenn sie nur kurz ist. Das nervt. Das geht ja noch. Kommt aufs Spiel. Das war bei dem Lords of Shadows 2 mit diesen Stealth-Sachen. Oh, das war der Graus. Also, ich glaube, ich äh mir das Problem. Also, ich bin der